Hallo liebe Mitglieder, hallo hallo Rosch-Mitarbeiter und aber auch ein großes hallo hallo sportbegeisterter Personen, die uns auf irgendeine Art oder irgendeinen Kanal folgen. Wie ihr mitbekommen habt, sind für die nächsten Wochen leider beide Sender in Bad und Kaiserhaus geschlossen. Wir wollen aber trotzdem schauen, wie wir für euch da sein können und wie wir für euch ein tolles Angebot auf die Beine stellen können. Deshalb werden wir uns die nächsten Wochen oder Tage in kleinen Gruppen zusammensetzen und schauen, was wir für euch alles schönes zusammenstellen können. Wir freuen uns natürlich, euch weiterhin aktiv begleiten zu dürfen. Die Workouts sind so ausgerichtet, dass sie alle Konditionsfaktoren wie Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination beinhalten. Ich freue dich auf abwechslungsreiche Challenges mit deinen Lieblingstrainen aus dem Zentrum Baststadt und Kaiserhaus. Jetzt natürlich noch das Wichtigste, wie kommt ihr auf die Saal? Folgt uns wie gewohnt auf Google+, dort werden wir alles Wichtige auch nochmal mitteilen. Über unsere Homepage www.iniciofitness.ch kommt ihr auf alle wichtigen Links und Videos. Und ganz neu auf unserem YouTube-Kanal Inicio Fitness findet ihr alle Videos und alle Workouts, die wir vorher zusammenstellen. Wir wünschen euch allen viel Spaß, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder fit und munter in beiden Centern. Auf Wiedersehen! Nichts?